Harry Hoth, ich sag guten Morgen, heute am 15. November 2017, es ist 8 Uhr 50 Minuten, wir haben 23 Grad, keinen Wind, keine Wellen, ja und ein paar Wolken am Himmel, ein bisschen Wolken-Sonne-Mix. Untertitelung des ZDF, 2020 So, und wenn Sie auch mal hier leben möchten, mieten, kaufen, www.check7x24.de Und wir verabschieden uns, hasta manana.